Wir sind heute in einer der größten Moscheen der Welt. Zuerst gab es aber natürlich die richtige Kleidung. Für mich ein Hitschab in schwarz und für Jonathan eine Bayer. Wir sind unterirdisch durch ein Einkaufszentrum in der Moschee angelangt. Wir waren beide zum ersten Mal in einer Moschee. Und ich fand es wirklich richtig schön und beeindruckend. Schreibt gerne mal in die Kommentare ein paar Vorschläge, was wir hier noch machen sollen. Und markiere jemanden, mit dem du nach Abu Dhabi reisen möchtest.